Yo Leute, da sind wir wieder. Neue SPC, neue Headline SPC. Dieses Wochenende habe ich nur 10 Siege aus 30 Spielen geholt. Unfassbar, ich war 3 mal schlechter. Da habe ich Klatschen gekriegt, 9, 3, 8, 6 und 7, 2 oder sowas. Aber ansonsten immer gleich stark oder jedes Mal besser. Ich laufe allein auf dem Torwart, so treffe dieses Ding nicht selbst mit R2. Er geht einfach nicht rein. Ich kann machen, was ich will. Gegner kommt einmal vor das Tor, das Ding ist jedes Mal drin. Leckt mich am Arsch. Ich habe dann die letzten 3 Siege hergeschenkt und gesagt, nächstes Woche bin ich nicht dabei. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht spiele ich die 1000 Punkte noch. Ich habe jetzt 200. Ich mache gerade ein paar SPCs nebenbei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sage aber, nehmt es mir nicht übel, wenn ich mal ein Wochenende aussetze. Könnte jetzt passieren, weil ich bin ziemlich angepisst. Gerade so die letzten 2 Spiele. Das vorletzte Spiel. Ich führe 5 zu 2 in der 92. Minute. Es gibt ein Disconnect von FIFA. Von FIFA nicht von mir. Ich kriege das Spiel als Niederlage gewertet. Das letzte Spiel in 1 zu 4 aufgeholt. 5 zu 4 in Führung gegangen. Auf einmal. Meine Spieler können sich nicht mehr bewegen. Kassier ist 5-5, verlierst Elfmeter, schießen. Leckt mich doch am Arsch. Spieler aus einem Verein maximal 1. Liegen ein Miniman mindestens 5. Spieler mit derselben Nationalität mindestens 5. Selten mindestens 1. Team Gesamtwertung mindestens 75. Team Chemie 80. Wenn euch das Video trotzdem gefällt oder der Content auf dem Kanal, bitte abonniert den Kanal. Liked das Video und haut rein in die Tasten. Weil wir haben jetzt in der letzten Woche wieder weniger Abonnenten als vorher. Und das ist ein bisschen blöd für mich. Gatschmar 150. Da kostet es 700. Kastenhofer 150. Frisorga 150. Günther 1000. Vellainy 650. Castro 800. Dielemans 850. Wanneken 850. Wanneken 850. Kubans 350. Nein. Es bleibt bei Scheiße. Es ist glaube ich Kruse. Ne. Es ist gar nur Götze. Es ist nur der Herr Götze. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat. Ihr wisst es. Support ist kein Mord. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein bisschen down. Das war ein scheiß Wochenende. Gefällt mir gar nicht so.